An diesen Anruf erinnert sich Günther Kübelböck genau. Ihm wird mitgeteilt, dass sein Sohn Daniel auf einer Kreuzfahrt über Bord gegangen ist. Im Moment kann man es nicht glauben und irgendwie hofft man auch, dass das alles ein Missverständnis ist. Dann denkt man noch, der hat sich vielleicht versteckt oder selbst wenn, dann konnte er auch gut schwimmen und so weiter. Dann finden die den gleich wieder. An dem Tag, da hat man noch immer gebetet und gehofft drauf, dass das irgendwie anders kommt. Der Anruf kam vom Kreuzfahrtschiff AIDA Luna. Es ist der 9. September um etwa 4 Uhr morgens. Daniel habe in seiner Kabine randaliert, sich am Arm verletzt. An der Rezeption habe man ihn ins Schiffshospital geschickt, dort habe er niemanden vorgefunden. So berichtet es AIDA Luna seinem Vater. Dann ist er wieder weitergegangen, scheinbar noch mal kurz in die Kabine und dann von dort aus hat er sich am Weg zu diesem Deck 5 gemacht, hat dann da noch drei Alarmknöpfe gedrückt und ist dann über das Deck gegangen und dann über Bord gegangen. Dabei hatte Günter Kübelböck genau davor gewarnt. Einen monatelangen Kampf mit den Behörden hinter sich. Ja, natürlich hätte das verhindert werden können. Für mich ist das staatlich unterlassene Hilfeleistung. Günter Kübelböck und sein Sohn hatten über die Jahre eine gute Beziehung. Noch im Juni feierten sie ein Fest zusammen. Daniel hatte sogar geplant, wieder nach Passau zu ziehen, in die Nähe seiner Familie. Daniel war in erster Linie eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch, also von der ganzen Lebenseinstellung her. Und privat wollte eigentlich eher immer der total normale junge Mann von nebenan sein. Da konnte er auch so mal ganz wieder normal Bayrisch reden, was er auch gerne gemacht hat. Er hat schon das Leben geliebt, das muss ich jetzt sagen. Vor fünf Jahren gab es die ersten Anzeichen, dass Daniel sich psychisch verändert. Er hat da immer so ein bisschen Verfolgungsticks gehabt, sag ich mal. Oder er hat dann irgendwann mal in der Nacht angerufen und hat ein bisschen verwirrt gesprochen. Da habe ich gedacht, das ist, hat er vielleicht was getrunken oder sowas. Also irgendwie ist er nicht ganz so bei sich. Das war so kleine Anzeichen, die vorher aufgefallen sind, aber nicht so, dass man sagen müsste, man muss ja jetzt was unternehmen. 2015 beginnt Daniel ein Schauspielstudium in Berlin. Mit Lehrer und Schülern kommt er gut klar, geht in seinen Rollen auf wie hier als Richard III. Himmel lohnt ein Schlag, nach oben! Er steht kurz vor seinem Abschluss, soll im neuen Stück die Rolle einer Frau spielen. Doch dann beginnt Daniel sich zu verändern. Seinen Lehrern erscheint er verwirrt, aggressiv. Für die Premiere fällt er aus. Ab dem Moment hat er sehr, sehr stark dann wirklich umgeschlagen. Dann ist, wie ich sagte, dann ab da eigentlich fast wie eine Sicherung geflogen bei ihm. Sechs Wochen vor seinem Verschwinden. Daniel gibt sich immer öfter als Frau aus. Naja, das war schon so, dass es wie ein neuer Daniel war. Wenn er mit mir zum Beispiel gesprochen hat oder mit der Familie, da hat er immer im normalen bayerischen Dialekt gesprochen. Und dann hat er auch immer so eben so ganz so Hochdeutsch und mit hohen Stimmen, so Frauenstimmen, also so habe ich ihn vorher nicht gekannt. Schon Anfang August wendet sich der Vater an die Behörden, erzählt ihnen wochenlang von seinen Beobachtungen. Erstmal haben wir mit der Polizei gesprochen, dann mit dem Ordnungsamt, dann mit dem Betreuungsgericht. Und auch mit dem Gesundheitsamt habe ich dann mal telefoniert. Und es wurde mir eigentlich immer das Gleiche gesagt. Es geht immer nur, wenn die Person dann selber mitmacht. Denn in Deutschland gilt rechtlich, eine Zwangsbehandlung, also gegen den Willen des Betroffenen, ist nur bei Selbst- oder Fremdgefährdung möglich. Vorher nicht. Ein großes Problem, findet der Psychiater Dr. Manfred Lütz. Er leitet ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Köln. Die allermeisten schizophrenen Kranken würden sich im wahnhaften Zustand nicht freiwillig behandeln lassen. Das Problem ist, dass wenn jemand nicht krankheitseinsichtig ist, dann lässt er sich natürlich auch nicht behandeln. Das ist ja ganz logisch. Und das führt dazu, dass Menschen dann unbehandelt mit ihrer Krankheit lange Zeit leben müssen, bis dann ein Zustand eintritt, wo sie gegenwärtig selbst- oder fremdgefährdend werden. Und dann kann man etwas machen. Aber das ist sehr problematisch. Und das dauert manchmal sehr lange. Auch Daniel Kübelböck bleibt uneinsichtig. Den August verbringt der Sänger auf Mallorca, in der Ferienwohnung seiner Adoptivmutter. Auch ihr gegenüber zeigt er sich aggressiv, zersticht ihre Autoreifen. Schließlich wird auch die Polizei gerufen. Er hat dann so Momente gehabt, wo er dann natürlich auch in seiner Wohnung oft laut geworden ist, rumgeschrien hat, oder hat was zertrümmert. Da ist er einmal einen Tag in Polizei gewahrsam gewesen. Und die haben ihn auch in eine Klinik überstellt. Wir waren eigentlich ganz froh, dass er einmal irgendwie festgehalten wird. In der Palma-Klinik wird Daniel von einem Neurologen untersucht. Die Diagnose? Wahrscheinlich eine akute Episode einer schizophrenen Psychose. Doch davon will der Sänger nichts wissen. Sein Vater erreicht ihn nicht mehr. Als seine Stiefmutter zu ihm nach Mallorca fliegt, zeigt er sich aggressiv. Im August bucht Daniel Kübelböck eine Kreuzfahrt mit der AIDA Luna nach New York. Sein Vater erfährt erst zwei Tage vorher davon. Wie ich das gehört habe, da sind natürlich sämtliche Alarmsirenen losgegangen bei mir. Ich habe dann telefoniert mit denen. Da waren ja zwei Ärzte, Ärztinnen und ein Arzt und auch der Kapitän dabei bei diesem Gespräch. Ich habe denen dann das alles geschildert, wie es ist und wie es um ihn steht. Ich habe dann auch eine Aufnahme mal hingeschickt an die Ärztin, dass sie mal sieht, wie das ist, wenn sich so eine Psychose dann darstellt. Und dann habe ich noch eindringlich gesagt, bitte reden Sie mal mit ihm, schauen Sie den mal an, Sie werden schnell merken, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Und dann erfährt man, dass niemand mit ihm gesprochen hat. Keiner von den Ärzten hat sich den überhaupt mal angeschaut. Da fasst man sich am Kopf, wie sowas möglich ist. Zu diesen Vorwürfen äußert sich Aida in einer Stellungnahme so. Wir versichern Ihnen, dass wir zu jeder Zeit unter Ausschöpfung aller gesetzlichen Rahmenbedingungen gehandelt haben. Wie vom Vater prophezeit, gibt es schnell Ärger auf dem Schiff. Daniel randaliert, soll in eine Notfallkabine auf dieses Deck 5 verlegt worden sein. Er postet Bilder von sich als Frau. Da ging es ihm auf alle Fälle nicht gut. Man hat das auch gesehen. Da hat er, ich sage es mal, so ausgeschaut, also vom Gesicht aus Druck, fast so gewirkt, wie wenn jemand einen Schlaganfall hätte. So komisch, also ganz anderer Blick. Die Schiffsärzte sehen trotzdem keinen Anlass zum Handeln. Per Mail schreiben sie dem Vater drei Tage vor Daniels Verschwinden. Von Seiten des Schiffshospitals gibt es bis dato keinerlei Veranlassung zur Sorge. Man fühlt sich nicht nur machtlos, man ist auch machtlos. Es ist politisch gewollt, dass man irgendwie psychisch krank eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlässt oder den Angehörigen, die sollen sich darum kümmern und möglichst keinen belästigen. Klaus Gauger war über 20 Jahre paranoid schizophren und die meiste Zeit nicht hinreichend behandelt. Seine Familie, keine Chance, an ihn heranzukommen. Wenn so eine Paranoia erst mal losgeht, kann sie niemand mehr erreichen. Das kann man nur mit Medikamenten bremsen. Seine Eltern erinnern sich noch gut an den Tag, an dem sie seine Diagnose erfahren haben. Paranoide, Schizophrenie, da bin ich umgefallen. Ich war sehr fertig. Klaus erinnert sich ja, dass ich da geweint habe bei einem Gespräch. Also ich war sehr fertig. Kommt mir jetzt noch ganz klar, da hat der Klaus richtig beobachtet, was mir selten passiert. Jahrelang ist Klaus Gauger ein Mensch mit einem ganz normalen Leben. Er studiert, spielt in einer Band, hat eine Freundin. Mit Mitte 20 ändert sich das schleichend. Er fühlt sich auf der Straße immer öfter beobachtet. Komisch ist es schon, das ist ein seltsames Gefühl. Aber man hinterfragt das nicht eigentlich wirklich. Man hat ja eine große Wahngewissheit, man ist sich sehr sicher, dass es so ist. Beobachtet, abgehört. Auch in seiner Wohnung vermutet Klaus Gauger überall Mikrofone. Für ihn eine so reale Vorstellung, dass er im Zelt, im Garten schläft, als dem einzig sicheren Ort. 1994 eskaliert die Situation, im Beisein seiner Eltern. Ich bin in meiner Wohnung ausgeflippt, habe nach Mikrofonen gesucht, das Bett umgedreht, die Holzvertefelung zerbrochen. Die neben meinem Bett war überall nach Mikrofonen gesucht. Auf einmal hat er die Tür aufgemacht, hat gesagt, das kann ich nicht aushalten. Wo habt ihr? Hier sind die Mikrofone, wo sind die Mikrofone? Und da sind wir hochgegangen. Und da war die Szene da, wo ich sagte, Klaus, hier sind keine Mikrofone. Und da hat er gesagt, doch, man hat mich so gepackt. So, doch, sag wo. Und mein Mann hat gesagt, das soll jetzt nicht weiter. Und da hat er runtergegangen, hat angerufen. Notdienst. Wegen der Fremdgefährdung ist rechtlich eine Zwangsbehandlung erlaubt. Klaus Gauger bekommt Medikamente. Sie wirken bei ihm aber nicht richtig. Es bleibt eine Restsymptomatik. Als er sie nach einiger Zeit eigenmächtig absetzt, beginnt die Paranoia wieder von vorne. Originalzeichnungen. Ausdruck seines Wahns. Klaus Gauger beginnt, seine wirren Ideen aufzuzeichnen. Unterteilt die Menschen in Gut und Schlecht. In Freunde und Feinde. Und seine Feinde werden immer mehr. Zu meinen prominenten Feinden gehört haben sozusagen. Merkel zum Beispiel. Schäuble. Der BND. Dann waren natürlich die Therapeuten im Prinzip ein Risiko für mich. Was hatten Sie denn für Angst? Was wollten diese Leute mit Ihnen? Die wollten mich klein halten. Sie waren dafür zuständig, mich in Schach zu halten. Das waren Auftragskiller praktisch. Im Auftrag meiner Feinde haben die gehandelt. Und haben auf mich gelauert. Zum Beispiel als ich im ZFP M-Ding war, im Zentrum für Psychiatrie M-Ding, bin ich immer in komplizierten Umwegen übers Gelände gelaufen, weil ich dachte, da können überall Scharfschüsse postiert sein. Da stehen jetzt einige Gegner. Müsste da auch Ihre Familie stehen? Die Familie kann ich natürlich auch entscheiden. Die Familie gehört auch zum System. Ich war am Ende. Wo es ihm so schlecht ging, wo ich so aggressiv war und so abwesend und so. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr mein Sohn war. Ich bin, war ganz schlimm. In seiner Heimatstadt Freiburg fühlt sich Klaus Gauger nicht mehr sicher. Ab 2013 flieht er um die halbe Welt. Von Europa bis nach Amerika. Oft schläft er im McDonalds. Duscht wochenlang nicht. Seine Eltern wissen nicht genau, wo er gerade ist. Haben Angst, dass er von der Polizei aufgegriffen wird. Schicken ihm aus Verzweiflung weiter Geld. Damit kommt er bis nach Tokio. Nach 100 Tagen kehrt er nach Europa zurück. Bis er erschöpft in Spanien landet. In einer psychiatrischen Klinik. Doch dort läuft es anders als bisher. Nach spanischem Recht, wenn ein Psychiater feststellt, dass jemand eine schwere zu behandelnde psychiatrische Krankheit hat, dann darf er einen Richter hinzuziehen. Und der Richter konnte sich davon überzeugen, dass ich nicht mehr bei Sinnen bin. Und er hat dann angeordnet, dass ich für ein halbes Jahr in Madrid behandelt werden soll. Denn während in Deutschland erst bei Selbst- oder Fremdgefährdung eingegriffen werden darf, genügt in Spanien eine Notwendigkeit zur Behandlung, wenn der Patient nachweisbar krank ist. Für den Psychiater Dr. Lütz wäre ein schnelleres Eingreifen auch bei uns in Deutschland wünschenswert. Wenn jemand eben tatsächlich akutpsychotisch ist, akutwahnhaft, akut sozusagen seine Selbstbestimmung aufgrund der Krankheit verloren hat, dann muss man aus meiner Sicht auch handeln. Und dann ist es eine Frage der Humanität zu handeln und nicht zu sagen, ja, Freiheit zur Krankheit, dann soll der mal seine Krankheit frei ausleben können. Klaus Gauger gibt nach und bekommt Medikamente. Sie schlagen bei ihm gut an. Zehn Tage später sieht er die Welt mit anderen Augen. Ich bin mal mit meiner Mutter spazieren gegangen und hab mich da umgeschaut. Da war alles ganz normal. Und ich war ganz verblüfft, ja. Keine Warnzeichen, keine bedrohlichen Minen, nichts. Man macht sich plötzlich klar, dass man schwer krank gewesen ist in einem langen Zeitraum. Die meisten Patienten sind dankbar für die Zwangsbehandlung. Das sagen sie aber nicht in der akuten Situation, sondern sagen sie häufig erst im Nachhinein, wenn sie sagen, Gott sei Dank, bin ich da zwangsuntergebracht worden und hab nicht mein Leben ruiniert. Seit vier Jahren kann Klaus Gauger mit Medikamenten ein normales Leben führen. Meiner Meinung nach müsste man psychisch Kranke, man müsste sie eigentlich aus ihrer Bahn rausholen. Keine Warnzeichen